Bis die neuen Folgen von Die Bergretter über die heimischen TV-Bildschirme laufen, müssen sich die Fans noch ein wenig gedulden. Jetzt machte Sebastian Ströbel jedoch einige Andeutungen, und zwar bezüglich des Liebeslebens seiner Rolle Markus Koffler. Die Bergretter warten auf Staffel 15. hat bald ein Ende. Sebastian Ströbel, 46, alias Markus Koffler, ist bei Die Bergretter schon ein alter Hase. Seit 2014 schlüpft der Schauspieler für die Fans der beliebten TV-Sendung in die Rolle des Bergretters. Darauf können sich die Zuschauer auch in der kommenden 15. Staffel freuen, auch wenn sie sich mit den neuen Folgen noch etwas gedulden müssen. Die letzten Vorbereitungen und Dreharbeiten laufen aktuell noch auf Hochtouren, bis die ersten neuen Episoden, dann im Herbst 2023, im ZDF zu sehen sein sollen. Auch in der kommenden Staffel gibt es noch so einiges zu klären, vor allem, nachdem sich die Zuschauer von einigen bekannten Gesichtern verabschieden mussten, so auch von Nina, gespielt von Josephine Busch, 36. Markus und sie trennten sich zum Ende der letzten Staffel, bevor sie auf ihre große Reise nach Nepal aufgebrochen ist. Durch diesen Umstand scheinen sich die Fans vor allem eines sehr zu wünschen. Die beiden trennten sich bereits in der 13. Staffel und das, obwohl die beiden laut der Zuschauer füreinander geschaffen waren. Sebastian Ströbel Liebeschaos bei Markus Koffler Doch wie wird es in dem Liebesleben von Markus Koffler in der kommenden Staffel genau aussehen? Das konnte der 46-jährige Schauspieler gegenüber der goldenen Kamera auch nicht so richtig verraten. Auf die Frage nach einem möglichen Happy End zwischen dem Werkretter und seiner früheren Liebe Katharina schien Sebastian Ströbel keine großen Hoffnungen zu haben. Dennoch stellte er klar. Aber man weiß natürlich nie, was die Zukunft bringt. Grundsätzlich könnten sich die Fans der Sendung dennoch auf neue Liebschaften freuen, denn das Privatleben von Markus wird auch in den kommenden Folgen eine große Rolle spielen. So verriet der gebürtige Karlsruhe, dass seine Rolle grundsätzlich auf jeden Fall offen, sei, sich neu auszurichten. Nach dem Wink mit dem Zaunpfahl musste auch die goldenen Kamera nochmal genauer nachhaken, ob Markus Koffler in der kommenden Staffel möglicherweise auch gleichgeschlechtliche Liebe in Betracht sein würde. Auch das wäre möglich, aber ich darf tatsächlich nichts dazu sagen, antwortete der Schauspieler darauf. Falls dies der Fall sein sollte, ist vor allem zu klären, wer der Glückliche sein wird. Es bleibt also spannend. Vielen Dank.